Mein Hund kocht mich vormisch an. Und wir haben eben halt teilweise zu dritt geschlafen, weil wir keine Schlafmatten oder so haben. War immer gemütlich, war immer schön warm. Was wollte ich jetzt in den Kühlschrank holen? Ich sollte nicht so gelabern. Ach, den find ich immer so toll, ne? Was ist denn mit denen? Was ist denn mit denen? So, jetzt jaulen wir aber nicht um. Jetzt könnten wir eigentlich auch nochmal nach dem Gemütlichen gucken. Aber da das höchstwahrscheinlich eh ein Kinderzimmer wird... Ne, Haki? Das wird ein Kinderzimmer. Hier. Pixel. Pixel. So. Mein Hund ist wach. Und er geht schnell auf seine Decke. Oh, ich glaube er muss pinkeln. Ich bin gleich wieder da. Und zwar machen wir das mal so. Was hab ich gesagt? Er musste pinkeln. Ja, äh... Der ist nämlich noch ein recht junger Hund, da muss man zwischendurch mal ein bisschen mehr pinkeln gehen. Also mit ihm raus. Okay, er ist mittlerweile auch schon fast ein halbes Jahr alt, aber... So ein Schieber ist nicht groß. Ich hab keine große Blase. Genau, sehr schön. Ah ne, du musst gleich wieder arbeiten, ne? Auf! Sonst stinkst du gleich wieder. Nein, wir haben keinen. Können wir aber in der Webung ziehen, jetzt auf Fest zu gehen. Reisen werden wir auch noch nicht. Schlagen. Outfit wechseln, das können wir schon mal. Karriere. Schnell hin! Kannst du schon wieder zu suchen. Am Veranstaltungs- und Sommerfest-Gelände. Äh, Parkwerde beginnt das Sim-Fest. Oder ein Sim-Fest. Was macht man mit jetzt? So, was machen wir in der Zeit? Mal gucken. Im Prinzip hier? Ich brauch ja eigentlich noch keine Zeit. Nein, lassen lassen Sie. Oder wir machen die Wohnung ein bisschen hübscher. Wir haben ja ein bisschen Geld. Wieso könnte der hier ein gutes Sofa gebrauchen? Mach mal einfach mal, ne? So, stellen wir das erstmal alles beiseite. doch nicht Alter so dann machen wir das bücherige da hin da hin ein bisschen schräg wenn wir das Ganze mal ein bisschen hübscher machen hier wie gesagt ein bisschen Geld haben wir ein gedownloader das blöde ist, dass sie meistens nicht ordentlich darauf sitzen können das ist süß aber ich glaube ich nehme das hier erstmal oder was haben wir noch, dass das hier auch gedownloadet von Rose ist... okay und wie viel drin ist das 3er Ding? Könnte man eigentlich nehmen, ne? und da haben wir ein bisschen viel Plastik also nehmen wir es nicht, also nehmen wir halt kleine wir lassen es auch mal in weiß und das könnten wir eigentlich einfärben das mache ich glaube ich auch mal und das ist ja auch ein bisschen dunkler und das kann ja ein bisschen dunkler dann passe ich nämlich auch dazu Und jetzt können wir uns schon wieder fast nichts leisten! Ich tippe gerade mit der Hand auf den Schreibtisch. Ich sitze offensweise mal an dem Schreibtisch. Juhu! Ich muss aufhören damit. Das ist ja furchtbar. Das ist kein hier drin, obwohl ich die Heizung schon auf 3 gestellt habe. Und das ist für das Zimmer normalerweise vollkommen aufreichend. So. Dann nehmen wir das Teil hier. Ja? Stimmt's vielleicht gerade hin. Ich wollte jetzt bitte gut drauf. So. Und das dann. Na. So, passt super zusammen. Irgendwie... Ich würde eigentlich ganz gerne noch einen Teppich und ein bisschen Deko da rein. Das ist ja eigentlich... Boden der Natur... Das Rasen... Tatsache! Eine kleine Wohnplatte von... Aha! Eine Wohnplatte, was klingt denn das? Ich freu sie nicht. Was ist das? Wow, das ist der... stylischste... Na. Aber ich kann mir das gut vorstellen, so nach... Siebzecke. Nee. Das... Ein Fleck. Ein Blutfleck. Cool. Was ist das? Ganz viele Teppiche. Hm. Jetzt sollte ich das Ganze ein bisschen verbutter machen später mal. Ich meine, wir reden hier von Sims. Sims ist allgemein immer ein bisschen verrückt. Ach süß, ich dachte, der kommt jetzt so ein riesen Teppich. Ach, der ist mir zu klein. Hm. Der ist schon mal nicht schlecht. Ist mir eigentlich auch nicht so klein. Den werde ich auf jeden Fall farblich abändern. Ich nehme den und bearbeite den noch ein bisschen. Weil der ist mir ein bisschen zu... ...oll. Ich habe ja schon so eine Idee. Da werde ich nämlich eins meiner... ...Armbilden nehmen. Wenn ich den will. Schnaaach! Oh Gott, ich will nicht pinkeln. Aki, du bist schuld. Er hat seine Decke direkt neben dem Schreibtisch. Kann von daher alles gut beobachten. Ich bin nicht so scharpe, denn das ist meine Maus. Ich habe kein... ...Ped da unter. Mir auch nur meins holen. Bin ja nicht teuer. Ein bis fünf Wochen. Je nachdem, man fünf Scheiß zu haben will. So, so hat's das hier. Da, langsam taucht's auf. Und dann machen wir nämlich das außen. So. Machen das dort. Okay. So. Ist ein bisschen gemütlicher. Sie sieht jetzt nicht so toll aus. Aber jeder wird sich freuen. Ich weiß, so ein Wehe wenn nicht. So. 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 Wir voiren auf seine Wünsche. Können wir machen? Mit Gästen spielen wollen wir nicht. Karaoke singen wollen wir auch nicht. Das wollen wir nicht, Kinder! Oh cool! Hideyaki hat heute besonders hart gearbeitet und der Chef ist so beeindruckt, dass er ihm einen kleinen Bonus gewährt hat. Hideyaki hat sein Tageswerk vollbracht. Hideyaki hat heute 102 Simoleum verdient. Oh, er ist gestresst. Nein! Recyceln. Recyceln. Was ist das, Aki? Jetzt richte er wieder auf dem Bett. Gern sehen. Hoher hat einen neuen Freund? Sein Chef? Ja, sehr schön. Ja. Der Esswagen hält auch jeden Tag hier, ne? Okay, ich muss endlich mal Sport treiben. Ich muss endlich mal Sport treiben. Guck mal, da auch bald. Ja, das ist so gut. Hör mal, da ist so gut. Das ist so gut. Ja, das ist so gut. Es ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. glaube ich, da hat jemand die Simmsprache übersetzt. Das war ganz cool gemacht. Also genug, es wird gegessen. Finde ich nice sowas. Vor allem, was für eine arbeitsaufgabe ist. Das zu machen und dann auch online zu stellen, ohne irgendwas zu verlangen, finde ich super. Ich finde es auch schon cool, dass Naika immer diese ganzen Lieder da aus Japan übersetzt. Wäre ich auch zu voll für. Na und? Oh Mann, deine Decke ausschütteln. Schmeckt das immer noch nach Kühlschrank? Wegen Essens, dass billig ein Herd gemacht ist. Ne, 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 ne. Gott. Ich kauf jetzt keinen neuen Herd. ... Okay? Es ist auch schon damit Dann kann er doch duschen Ich hab so wenig zu erzählen Das war ein Raumschiff Irgendwo in der nächsten Raumschiff Kann man das Einhorn hier irgendwo sehen? Das muss doch auch irgendwo sein Hier heute nicht Da ist der Wetterstein Hm, Orange ist gerade nirgendwo in der Nähe, schade Aber ich hab's gehört, und dir wahrscheinlich auch Was ist denn eigentlich? Da arbeiten wir Mhm Das ist fest, da gehen wir noch hin Ähm, jaaa Dass er eben aus dem Zeichen gepinkeln wollte Kann er das gleich aufräumen? Da ist ja wohl die andere Figur drinnen, ne? Naja, er wäscht grad Haare, da sind die nicht so gestylt Die sind jetzt gerade doch gar nicht ähnlich irgendwie Die 6 Tonnen